Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Café La Bamba. Der Café La Bamba ist ein sehr netter, fruchtiger Abschluss eines Menüs. Er passt zu exotischen Desserts und exotischen Früchten. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Sechs gehäufte Teelöffel Kaffee, 8cl Eierlikör oder ein Fertigprodukt aus dem Handel, 0,25l frisch gepresster Orangensaft, 8cl Rohrzucker, 4 Scheiben Orange, etwas Zitronenmelisse zum Garnieren. Folgende Utensilien werden benötigt. Kanne, 4l, 4 Tassen. Zubereitung Den Kaffee wie bekannt aufgießen, abkühlen lassen, auf 4 Tassen verteilen, den Eierlikör auf die Tassen verteilen, den Orangensaft auf die 4 Tassen verteilen, Alles verrühren, mit Rohrzucker nach Geschmack süßen, die Zitronenmelisse waschen und trockne, die Blätter von den Stielen zupfen, mit einer Orangenscheibe und Zitronenmelisse dekorieren. Als Beilagen eignen sich Das passt zu süßen Späßen, insbesondere zu Dessert. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!